Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Walking Dead. Bewertet den Part und viel Spaß! Alles klar, was haben wir hier noch? Puppen, Bücher, Fernseher... Jaaaa... Schauen wir jetzt nicht alles an. Wir haben bereits den Strom in der Batterie. Als wir eine Medizin finden, werden wir gut gehen. Also, wo ist diese Batterie, die du gefunden hast? Molly hat sie. Sie fuhr aus, um etwas zu tun. Ja, sie wäre besser hier zurückgebracht. Ich weiß nicht, warum du diese Frau glaubst. Wir kennen sie gar nicht. Sie hat deine Leben, nicht wahr? Ja, aber was hat sie für mich gemacht? Nein, warte. Es ist etwas, was du mit mir helfen kannst. Es ist etwas, was auf meinem Geist. Ich könnte deine Meinung sein. Was ist das? Es ist Kenny. Seitdem ich ihn helfen, habe ich ihn besser kennenzulernen. Er ist ein guter Mann, du weißt? Und es macht mich auf, zu wissen, was ich weiß. Ich habe mir gedacht, ihm die Wahrheit zu erzählen. Ben, komm mal. Das wieder? Es ist meine Schuld, Duck und Katja wurden verletzt. Wenn ich nicht auf dem Motor Inn zurückgebracht hätte, werden sie immer noch leben. Wie soll ich nur etwas wie das? Ich muss ihm sagen. Ich glaube auch, dass du ihn sagen musst. Du solltest ihn erzählen. Du bist nicht jetzt. Du verstehst, das ist, Lee. Du musst ihn erzählen. Was soll ich tun? Was soll ich machen, wenn er über Katja und Duck sprechen? Wie soll ich es, und sagen, dass es nicht meine fault ist? Ich kann es nicht mehr machen. Ich kann es nicht mehr machen. Ben, hör auf. Kenny sieht aus, wie er hat seine Scheine zusammengekommen, weil jetzt er ein Ziel ist. Aber er ist in ein wirkliches Schmerzen. Du sagst ihm jetzt, er wird es verlieren. Und dann sind wir alle verletzt. Es kommt ein Zeitpunkt, wenn er es bereit ist, zu hören. Aber es ist nicht jetzt. Nicht noch. Ich höre dich. Ich werde zurück zu das. Er ist eigentlich schon in Ordnung, der Boy. Ach, da kam ich ja nicht lang, stimmt. Kann ich sprinten? Oh, ich kann halt nicht sprinten. Das ist so ätzend. Ich glaube, da will ich nicht lang gehen. Jetzt hab's halt verstanden. Yo, öffne mal die Tür. Einfach so. Wird schon nichts passieren. Shit. Oh, shit. Kann ich einfach schießen? Ja, muss ich ja, wie es aussieht. Welchen schieße ich denn um? Oh, komm mal ein bisschen, hier. Oh, come on best today. Sie haben in die Strecke, nachdem wir in die Strecke kamen. Ich denke, sie haben uns gehört, um uns hier herumschraubt. Der ganze Ort ist infestiert. Sie sind überall. Calm down. Ich habe sie geholfen. Was ist mit den Meden? Haben wir das, was wir brauchen? Ja, das ist ein anderes Problem. Schauen wir uns. Sie sehen, dass sie alle Meden in die Strecke gehalten haben, in der Strecke. Alles klar. Erstmal die Uhr. Funktioniert nicht, das dachte ich mir. Keine Sicherheitskombination. Was ist das? Eine Kopie-Maschine? Nicht, dass es mit keinem Kraft ist. Ich muss Zeit nehmen, um später zu resten, ich denke. Die Telefonien haben wahrscheinlich nicht in Monaten gearbeitet. Nein, nein, nein. Ich wollte eigentlich nicht rausgehen. Aber okay, mal gucken, was es hier so gibt. Nichts. Alles klar. Außer die ganzen Beißer-Leichen da unten. Auf dem Boden. Ich dachte halt, ich kann hier reingucken, da. In diese Notizen oder was auch immer. Das sieht aus. 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 Ja. Ja. So, vielleicht das Tape, was wir hier gerade gefunden haben. Das sieht aus. Das sieht aus. Das sieht aus. Das ist 1,2-jährige Ausdruck. 1547. Dr. Logan in consultation mit Patient Anna Correa. Warum schreibt ihr das? Regulations. Oberson hat mir gesagt, dass alle Medikationen und Konsultationen gehalten hat. Ich brauche dich an, Anna. Der Sonnogram confirme, dass du heiratet bist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie Sie wissen, die Regeln sind sehr klar. Die Termination ist Mandatory. Du musst nicht sagen, sie sagen, es war nur Nausea. Du hast mir etwas für sie, und es ging weg. Das ist mein Problem, nicht dein. Wenn Oberson herauskommt, dass ich die Beobachtung von einer Beobachtung habe, ich bin sorry, aber diese sind die Regeln. Ich werde dir ein Sedative geben. Es wird die Prozedur einfacher für dich. Ich will nicht die Prozedur. Ich will mein Baby. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Anna, du hast keine Wahl. Wenn du möchtest, kannst du mit dir ein bisschen Zeit mit dir. Aber ich brauche dich, dass du nicht später zurückkommst, als morgen. Oder ich habe keine Wahl, als ob mir zu informieren, ob Oberson und mich selbst. Ich bin sorry. Alter, fudder. Ich bin sorry. Ich bin sorry. Ich bin sorry. Wie ist das? Wie Molly gesagt hat. Das Schmerzeste. Lee, vielleicht gibt es noch eine andere Tape. Wir müssen immer schauen. Ich glaube, ich habe den Doktor. Er war einer der Walken aus der Alley, in der Auto-Shop. Vielleicht solltest du ihn suchen und sehen, was er an ihm hat. Bobby, bist du da? Scheint nicht so. Ich kann es nicht erreichen. Es ist zu hoch. Okay, dann gehe ich wieder hier lang. Da dürfte ich ja noch rauskommen, ne? Ja. Alles klar. Habe ich da gerade was gehört? Irgendein Winseln oder so? Also? Okay. Aaaaau. Ich werde doch einen Winseln oder sowas ähnliches. Oder ist wirklich eher das? Ja, es ist eher okay. Ah, er geht von alleine wieder zurück, okay. Okay. Alles klar. Wir haben jetzt also einen Zettel mit einer Number? Und mit einer Safe-Nummer. Vielleicht ist das ja die Safe-Nummer. Also die... Ja! Alles klar. Das sehr nice. Ich glaube, ich mache gleich mal eine Pause. Würde ich mal meinen. Ich glaube, es geht. Ja. Also, du kannst die Beziehung. Du kannst die Beziehung oder wegziehen. Du kannst es auf den Weg. Das wäre natürlich eine Death-Sentenz für dich und dein Kind. Vielleicht ist das besser. Ich habe mich all die Nacht noch nie gedacht, warum wir überhaupt nicht zu leben? Warum versuchen wir überhaupt zu leben? Wir müssen weitergehen. Wenn das ist das, was es braucht. Wenn das uns in den Weg macht. Das ist das, was uns in den Weg ist. Ich mache keine Regeln, Anna. Dr. Ich bin bitte auf dich. Bitte, mir bitte. Vielleicht ein Tag, wenn Dinge anders sind, kannst du es wieder versuchen, aber für heute müssen wir das machen. Wer war der erste Infizierte hier? Ich glaube, wir wissen, was passiert zu Crawford. Mehr wichtig, wir haben die Kombination. Krista, bist du okay? Was ist falsch? Es ist nichts. Das war einfach schwer zu sehen. Keine Worte über mich. Ich bin gut. Okay, wir holen die Mede und raus. Wir sind im Geschäft. Antibiotika, Morphine. Ich wollte gerade fragen. Nichts für mich. Das ist alles, was ich interessiere. Wir gehen zurück in die Klasse. Nicht zu lange, Lee. Alles klar, Leute. Das Band will ich natürlich auch noch sehen, ne? Ja, wir haben einen Deal. Ja, wir haben einen Deal. Wir haben einen Deal. Wir nicht mehr. Wir brauchen diese Medeine. Wir brauchen diese Medeine. Without es, sie wird sterben. Oder sie wird starten zeigen, und sie wird sie wegziehen. Ich kann nicht das passieren. Ich bin sorry, Molly. Ich habe das alles, was ich kann. Aber ich muss mich aufhören. Ja. Das ist die Crawford-Way, nicht wahr? K-K-K-K-K-K-K-K, Okaaaay. Sex mit Medikamente, das ist ein Ding. Ich glaube, das ist so die einzige Bezahlung in dieser Zeit, die Leute annehmen. Oh, hey Molly. Seitzing. Oh, ich wollte gerade sagen, Alter, ne? Ich wollte gerade sagen, ey. Das Bild ihrer Schwester. Ich weiß, du bist von Crawford. Was? Wer sagt dir das? Ich sah dich auf einem Sicherheits-Tamm. Warum schiefst du mir? Ich sagte, dass es historien über Crawford gibt. Ich habe nie gesagt, dass das so ich wusste. Ich habe nie schiefst zu dir. Und wenn ich das so, was ich? Ich habe dir nichts. Du schiefst meine Leben twice, aber du kannst mir sagen, die Wahrheit? Wir wirklich werden das jetzt machen? Ich glaube, das ist für dich. Ich war hier mit meiner Schwester. Ich hatte es ein Geheimnis. Ich hatte sie sicher für so lange, wie ich konnte. Aber in der Ende, ich konnte sie nicht schiefst. Das ist das, wenn ich rausgebe. Crawford, sie immer über die Systeme funktioniert. Wie alles besser war, als sie zu werden. Aber ich habe gesehen, was sie bereits geworden sind. Ich habe nur gedacht, dass ich es gesehen habe, bevor es zu late war. Bevor sie kamen, und ich habe meine Schwester weg. Das ist alles, was ich von ihr habe. Ich hatte keine Zeit, um es zu nehmen, bevor ich aus der Crawford kam. Ich habe nur, ich wollte es, okay? Es ist okay, Moni. Ich verstehe. Sie ist schön. Was der Herr? Ich glaube, das ist unsere Kugel, um zu rauszukommen. Oh, Jesus! Ben! Sorry, sorry. Ich habe nur geflogen von diesen Bellen. Und dann habe ich jemanden kommen. Du hast Clementine allein geblieben? Nein, Kenny ist mit ihr. Wir können noch nicht öffnen die Armoury-Tür. Er hat mich aus, um zu suchen, um etwas zu benutzen, um es zu öffnen. Ich habe das. Du bist ein Lappen, Ben. Ach, Gottchen, Ben, ey. Ja. Lee! Schau den Mann! Danke. Ich habe einfach nicht geschafft, zu zielen. Und gleich mit deinem... BAM! Einfach... WHAT? Aber jetzt, wie können wir rauskommen? Durch die Armoury. Wir können nur diese Verdammung öffnen. Komm schon, verdammt ihr! Das ist meine Schuld. All meine Schuld. Was der Herr ist er schreit? Ben, wir haben das gesprochen. Nein, warte. Ich will wissen, was er hat gesagt hat. Was bedeutet das alles, das ist deine Schuld? Penny, ich bin so sorry. Ich bin so sorry, Mann. KID! Das ist nicht die beste Zeit. Whatever du getan hast, save es für später. Ich öffne die Tür. Ich lasse sie in. Ben, wir haben nicht Zeit für das jetzt. Ich bin sorry, Lee. Ich kann das jetzt nicht mehr tun. Er hat das Recht zu wissen. Wissen? Was? Es hat mich immer nochmals, alle uns in Gefahr. Katja und Duck. Es war alles mich. Es war alles mich. Es war alles mich. Wait a minute. Was hast du gesagt? Es war ich, die mit den Banditzen an der Motor Enden zu lassen. Ich dachte, vielleicht kann ich sie aus unserer Beine aus. Wenn es getroffen ist, das ist dann sie attacken. Und das ist dann, wenn Duck... ... ... ... Ich glaube, du bist. Shit bird! You can stay behind and fucking rot! Kenny, I know you're upset. I understand. But you don't get to make a decision like that on your own. We're all in this together. We're a group. Sure! Take a vote! This is America! Fuck it! But before you all decide, there's something you ought to know. The boat's not big enough for all of us. Somebody's got to get left behind. Might as well be this piece of shit right here! Well, I vote we leave him. I'm sorry, Ben. I know you mean well. But all I want to do is get back to Omid, and you put that at risk. Wait, don't I get a vote? Of course you do. And it's nice. He's my friend. We don't leave friends behind. That's my vote. On second thought, I think I'm gonna upstate. Lee? I've seen enough of Crawford to know that becoming like them is the beginning of the end. I vote Ben stays with us. So, Leute. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei... Das nächste Mal wieder. Haut rein.